hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen video und heute geht es mal um ein herzens projekt von mir und zwar den pusteblumen shop ich weiß nicht ob ihn vielleicht einige auch schon kennen den gibt es jetzt schon länger auf instagram und auch auf facebook und jetzt hat auch eine eigene website bekommen und die möchte ich euch gleich ein bisschen zeigen ich nehme euch gleich auf meinem handy mit durch die website aber ich möchte euch vorher noch einmal an das gewinnspiel erinnern und zwar wenn wir es schaffen oder wenn ihr es schafft das oder wir ja ich würde sagen wir schaffen dass wir hier auf youtube bis weihnachten sagen wir bis sie besser wir weiten das um eine woche aus die 10.000 erreichen es ist nicht mehr wenn wir es schaffen bis silvester bis neujahr auf diesem kanal 10.000 abonnenten zu erreichen dann verlose ich ein stirnriemen und zwar ein stirn aus dem pusteblumen shop wie soll das anders sein den stirnriemen socke und ihr könnt ihn euch schon mal in dem community tab hier angucken oder eben auf dem shop unter dem ich euch jetzt nütze jetzt sind wir im handy drin gehen wir auf den ordner blog dort habe ich eben alles drin was mit dem blog zu tun hat unter anderem auch das icon für den blog da kommt man eben direkt auf die blogseite die kennen bestimmt einige auch genau dann habt ihr möglichkeiten über das menü zum shop zu kommen da sieht man aber ihr könnt natürlich auch einfach auf eure menüseite auch ein icon für den shop legen und da kommt ihr eben direkt in den shop rein der sieht dann so aus dass die startseite das ist die dezember aktion mit der dezember aktion bekommt ihr den ganzen dezember über bis anfang januar eure bestellung versandkostenfrei zugeschickt da kann man eben da unten runter kann man dann eben weiter zum blog da kann man auf instagram zugreifen da kann man sich für den newsletter anmelden und suchen genau und dann gehen wir mal ins menü rein und gucken was es für produkte gibt so da haben wir natürlich alles armbänder halsbänder und stirnriemen also die seite baut sich auf das dauert bei mir immer ein bisschen weil mein internet relativ schlecht ist wir warten mal kurz ein bisschen es dauert und dauert es dauert ein bisschen länger so ist das mit meinem handy oder mit meinem internet mein handy ist gut mein internet ist ein bisschen langsam aber das geht bei euch bestimmt schneller so jetzt hat es sich auch aufgebaut das sind alle stirnriemen die bisher veröffentlicht sind da kommen natürlich immer noch ein paar mehr dazu genau so jetzt scrollen wir mal ganz nach oben und da haben wir den stirnriemensocke der öffnet sich jetzt auch das dauert natürlich auch wieder ein bisschen so während sich da die bilder noch aufbauen kann ich euch schon mal sagen was da sonst noch so zu finden ist einmal der name natürlich wie der stirnriemenheiß der heißt socke dann ein paar daten darüber das ist eben ein normales design ist in der vv mit schwarzem leder ohne fassung unterpreis da unten kann man dann mit weiteren produkten kommen man kann einen kommentar verfassen und sich eben wieder für newsletter anmelden genau so da unten sieht man dann einfach noch mal den unteren bereich der gesamten website so die bilder haben sich aufgebaut das ist eine diashow alle produkte werden in der diashow angezeigt ja das zweite bild baut sich kraft noch auf das dauert wie gesagt bei meinem internet immer so ein bisschen aber man kann schon ein bisschen was erkennen eben dass es ein schwarzes leder ist ein schwarzer leder stehen riemen da ist er aufgebaut oder da ist das bild aufgebaut mit dem blauen steinchen genau und man kann da eben durch scrollen man kann auch auf pause machen dann kann man sich die bilder ein bisschen länger angucken so dann schauen wir mal was es sonst noch für produkte gibt also zwar aus armenbänder boxen schilder hundehalsbänder hundelein alles eigentlich wie man bestellt könnt ihr euch denn hier anschauen genau über auf der seite about könnt ihr eben auch noch ein bisschen was über mich lesen wenn ihr das mögt und das ist eigentlich auch schon die shopseite ich bin sehr froh dass ich jetzt endlich einen shop habe oder dass der shop jetzt endlich eine eigene website hat weil es sich dadurch eben einfacher gestaltet die produkte vorzustellen und ein bisschen übersichtlicher vorzustellen als eben bei facebook oder bei instagram und ich bin gespannt was jetzt noch so kommt 2018 ist der shop entstanden genau so ihr habt jetzt den shop gesehen und wie ich das so gemacht habe ich mir das so gedacht habe ihr habt den stirnriemen gesehen ihr könnt auch in einem der videos hier noch mal nach den genauen teilnahmebedingungen gucken ich verlinke euch das video auf jeden fall schaut bei instagram vorbei um auf dem neuesten stand zu bleiben und benutzt die dezember aktion um person kostenfrei zu bestellen ansonsten sage ich erst mal bis zur nächsten woche und eine schöne adventszeit schau